Sprech' ich ein F Ich wurde von klein auf geämbelt Keine Frau wollte mit mir gehen Und alle lachten mich nur auf, wenn ich die treffe Ich ging vor vielen Logopäden, die taten lange mit mir reden und machten Übungen für Funge, Atmung, Artikulation. Doch da kam mir alles Pane vor, vergab ich mir viel Mühe. Trainierte meinen Fummengrund, Abend von dem der Frühe. Doch da kam mir alles Pane vor, es tat nicht funktionieren. Die ganze Logopädenfahrt musste kapitulieren. Ich war ein Hoffnungslober Fall, er fliegt an der Anatomie. Denn meine Funge ist wohl nicht korrekt geformt. Durch Puffall traf ich einen Manager der Plattenindustrie. Den hat mein Fall wohl ganz bewundervt angespornt. Er lehrte mich ein paar Vokabeln, er gab ein Mikro mir mit Kabeln. Und fickte mich vom Haarefärben und in Fahnenstudio. Jetzt komm ich den neunten Spanier vor, den Film und folgen Lieder. Die Frauen, die mich einst aufgelacht, melden von mir dann wieder. Jetzt komm ich den neunten Spanier vor und fülle Grofe Hallen. Gerade Frauen in den 50er, den tue ich vergefahren. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt komm ich den neunten Spanier vor, berühre alle Erfen. Ein Beklanfänger fingt mit mir in butterweichen Terven. Jetzt komm ich den neunten Spanier vor, verdiene Fertz, die Erfen. Mein kleines Fugelhandicam ist ein Fugelhandicam. Ich komm den neunten Spanier vor, obwohl ich wie veraufel. Ich komm den neunten Spanier vor, obwohl ich wie veraufel. Ich komm den neunten Spanier vor, obwohl ich wie veraufel. Vielen Dank.